Ja, hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zurück zu einem neuen Video. Ja, bitter, leider keine gute Nachrichten, denn es geht um die Europa Conference League und es geht auch um das Spiel gegen Slowako. Und heute hat der FC Abschlusstraining gehabt und gleich zwei werden auf jeden Fall ausfallen und haben sich jetzt im Abschlusstraining noch verletzt. Und der eine ist Christian Pedersen, der Linksverteidiger, wohl auch Sprunggelenk, sowie der Jonas Hector, unser Kapitän. Ja, ihr habt richtig gehört, Jonas Hector ebenfalls verletzungsbedingt runter, konnte auch noch nicht mal richtig den Fuß mehr belasten. Also es könnte auch sein, dass er gegen Hoffenheim fehlt. Ich habe es ja in den Bundesliga-Tipps schon gesagt und das ist richtig bitter. Gerade das Spiel jetzt morgen ist auch extremst wichtig für den FC, weil wenn wir gewinnen, dann dürfen wir noch weiter träumen, dann dürfen wir Europa vielleicht noch weiter auffressen. Wenn wir allerdings verlieren sollten, dann war es das mit Europa auffressen. Dann ist, klar, vielleicht noch irgendwie, rechnerisch ist es dann noch nicht ganz durch, aber mal ehrlich, das werden wir dann trotzdem nicht mehr schaffen. Also realistisch ist das nicht mehr zu machen. Also ein Unschieden ist eigentlich so, ja, könnte noch klappen, ist aber auch nicht mehr zu 100% sicher. Also eigentlich geht da nichts drumherum, wir müssen morgen da gewinnen. Das ist meiner Meinung nach Fakt, das ist wichtig. Und jetzt halt die Verletzung, wie gesagt, von Jonas Hector, wir sind ja allgemein auch ziemlich angeschlagen, was das angeht. Wie gesagt, Jan Thielmann ist ja weiterhin verletzt. Marc Uth weiß ich auch nicht, wann der mal wieder richtig eingesetzt werden kann, wann er mal auch wieder eine Startelf bekommt, sag ich mal, oder wann er auch wieder von Anfang an mal ran darf. Wie gesagt, jetzt gegen Mainz hat er ja auch gar nicht gespielt. Also mal gucken. Ich hoffe ja, wie gesagt, dass er morgen spielen wird. Vielleicht sogar auch relativ früh oder vielleicht auch mal von Anfang an, wäre ja auch ganz cool. Wenn er es nicht schafft, komplett 90 Minuten zu spielen, ja, mei, dann geht er eben, weiß ich nicht, dann geht er eben ab der 60. raus, ja. Aber dann hat er wenigstens mal 60 Minuten gespielt. So, das ist ja auch schon mal was. Und wie gesagt, Slowakko haben wir ja im Hinspiel im Rhein-Energie-Stadion 4-2 gewinnen können, haben 2-0 relativ gut geführt, haben dann nach der Pause absolut unnötig ein 2-2 kassiert oder zwei Gegentore direkt hintereinander bekommen. Stand dann 2-2, aber trotzdem hat der FC dann es gut gemacht, 3-2 erzielt und dann hast du 4-2 noch gemacht. Ich glaube, das 3-2 war sogar ein Elfmeter von Lubicic sozusagen. Also von daher, das war wunderbar. Es wird aber ein ganz, ganz anderes Spiel, weil Dejan Lubicic wird auch nicht da sein, der zum Beispiel auch ein extremst wichtiger Spieler ist für Köln. Also das sind jetzt schon 3 wichtige Spiele, die mir jetzt gerade spontan einfallen, die fehlen. Christian Petersen, gut, der war eigentlich als Backup. Also es wird da wahrscheinlich so sein, wie auch mein Kumpel Taubi oder mein YouTube-Kollege Taubi auch schon gesagt hatte, dass Kingsley Schindler also wahrscheinlich auf links spielen wird und Benno Schmitz auf rechts. Das wäre, wie er auch sagt, die einfachste und logischste Konsequenz, sag ich mal. Und ja, eigentlich auch fast die einfachste oder die eigentliche Möglichkeit auch fast. So, mal gucken, ob Soldo spielt statt Kilian oder ob Kilian und Hübers wieder zusammen spielen oder ob Soldo und Kilian zusammen spielen. Kilian hatte ja jetzt die letzten Male ziemlich schwach gespielt, muss man sagen. Also auch da bin ich mal gespannt, wer da in der Innenverteidigung spielen wird. Und ja gut, denke mal, Mittelfeld, ganz klar wird da Skiri sein. Martel, denke ich auch. Ja, und sonst, gut. Links wird es ja wahrscheinlich Florian Kainz stehen. Zehner, hoffe ich persönlich ja, Uth. Wenn, dann wird es aber wahrscheinlich auch vielleicht Duda sein. Oder ein Dennis Lussi-Basic, auch das kann möglich sein. Ja, und rechts hätten wir ja dann sozusagen, jetzt muss ich kurz überlegen, ja gut, man könnte ein Sages Adamian oder auch ein Linden Mayner spielen lassen zum Beispiel. Das fände ich zum Beispiel auch nicht verkehrt, einen Linden Mayner da, ja, hinzupacken, sag ich mal. Gerade über die Seite kommt er ja eher als jetzt, sag ich mal, im Sturm. Gegen Mainz hat Steffen Baumgart ja auch im Sturm wieder Linden Mayner reingepackt, neben Steffen Tigges. Das hat ja gegen Mainz nicht funktioniert, wie man gesehen hat. Wie gesagt, ich würde entweder Florian Kainz rechts und Linden Mayner links oder Linden Mayner rechts und Florian Kainz links und dann vorne im Sturm halt Steffen Tigges oder Florian Dietz. Ist aber eigentlich persönlich echt jetzt eigentlich egal, weil beide sind zurzeit nicht wirklich in Form, obwohl man sagen muss, Tigges hat jetzt wenigstens in Dortmund mal einen Doppelpack gemacht bei Florian Dietz. Ja, war er Anfang der Saison sehr, sehr gut, hat auch da die Tore gemacht, aber irgendwie klappt es jetzt nicht mehr. Deswegen würde ich persönlich Steffen Tigges im Sturm stellen, genau. Und so würde ich dann halt jetzt aufstellen. Aber es fehlt uns halt wirklich ein erfahrener linker Verteidiger, ganz klar. Also Kingsley Schindler ist ja für mich persönlich eher so ein Flügelspieler als ein linker Verteidiger, aber er hat das ja jetzt öfter schon gemacht, rechts zumindest, und ich glaube, der hat sogar auch mal links trainiert. Also von daher wäre das jetzt nicht verkehrt. Aber natürlich ist es trotzdem ein herber Verlust für Köln, das ist ganz klar. Ja, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich meine gut, da gibt es eigentlich nur eine gute, eine Meinung und das heißt gute Besserung und vor allem Mist, Kacke, Scheiße, da könnt ihr alle Wörter benutzen, sag ich mal, die noch halbwegs jugendfrei sind. Ja, wie gesagt, so Nachrichten braucht man dann eigentlich auch nicht, gerade kurz vor dem Spiel. Naja, wie gesagt, wir werden es morgen sehen. Wie gesagt, ich werde es auch live kommentieren, also seid gerne mit dabei. Würde mich extremst freuen. 19.30 geht es, äh, 19.30, ne, da ist das Spiel schon mit drin. 18.30 geht es los, würde mich extremst freuen. Wie gesagt, hoffentlich kommen jetzt nicht noch böse Nachrichten dazu. und, ähm, genau, also Daumen drücken, dass sich jetzt wenigstens noch die, die noch da sind, noch nicht, jetzt nicht verletzen und auch gegen Hoffenheim dann im Einsatz sind. Und bis dahin, macht's gut, euer Niklas. Sobald es was Neues gibt, melde ich mich natürlich und bis dahin, macht's gut und ciao.